Hey Leute, ich bin's wieder, der lustige Mann aus dem Internet. Ich seh übrigens so aus für alle Leute, die das interessieren sollte. Ich bin also nicht nur super lustig, sondern auch super schön. Wir sprechen heute über die IKEA-Werbung. Die Selbsthilfegruppe aus der Marketingabteilung saß nämlich zusammen und hat uns einen relativ witzigen Spot auf die LCDs gezaubert. Und weil sich viele von euch die Werbung gewünscht haben, packe ich schon mal diese Zier-Utensilien aus, mache die Chirurgen-Klobber auf und nehme das Ding für euch auseinander. Ich meine, wie soll ich bei solchen Kommentaren wirklich Nein sagen? Bitte IKEA-Werbung! Ich meine, er hat bitte gesagt. Danke für die Vorschläge, knallt die gerne wie immer in die Kommentare, liked das Video und teilt es mit eurer KMNS-WhatsApp-Gruppe. Das kostet nämlich nichts und hilft mir weiter. PORSCHE! Ansonsten muss ich mich nämlich bald mit abgestürzten YouTubern in den Kreis setzen und darüber weinen, dass mich ein Algorithmus geschubst hat. Und mein Pausenbrot hat er auch noch geklaut. Es könnte heute allerdings passieren, dass das Nervigste an IKEA nicht mehr ist, dass man manchmal mal eine Schraube nicht findet oder man die falsche Farbe vom Sofa geliefert kriegt. Brace yourselves, Leute. Keine aufs Knie, wir fliegen jetzt Richtung Absturz. IKEA ist ein schwedisches Möbelhaus, wo die Produkte lustige Namen haben. Ich wollte sogar seit Ewigkeiten ein Dead-Jokes-Wortwitz-Video im IKEA mit den ganzen Produktbezeichnungen machen. Aber davor hatte ich einige Hemmnisse. Okay, Leute, ich weiß, ich bin nicht so witzig für unser blauhaariger Lieblingszerstörer-Riese. Okay, tut mir wirklich leid. Ich verspreche, beim nächsten Video höre ich auf mit sowas. Ich bin einfach mental kaputt, dass ich nicht so bekannt wie Daniela Katzenbergenes bin. Googelt einfach mehr nach Martha Nativ. Das ist wichtig, okay? Alles klar, jetzt höre ich wirklich auf. Ab zur Werbung. Dieses Schlaflied ist vielleicht der Grund, warum ich gleich verzweifelt bin. Das ist einfach unglaublich belastend und das Gruseligste, was ich jemals aus meinem Bussan gehört habe. Was ist er denn? Was macht denn Shreks Lieder-Tante in dem IKEA-Spot in der Selbsthilfegruppe? Der sollte vielleicht mal zum Zahnarzt gehen. Der sieht aus, als wäre er der hässliche, entfernte Verwandte der Trolle. Okay, vielleicht ist er nur irgendeine Kreuzung aus der Monster-AG oder aus dem Monster von Wo die wilden Kerle wohnen. Nein, das hat nichts mit Fußball zu tun. Tut mir leid. Okay, was macht Robbie Rotten oder Freddy Fowdy, wie er auf Deutsch heißt, aus Lazy Town in einer IKEA-Werbung? Stefan Karl Stefansson, der originale Schauspieler, ist tot. Der geht nicht mehr zur Selbsthilfegruppe. Memes abfeiern, supergeile Sache, aber it's too soon, Leute. Rest in Peace. Wirklich, Bruder. Und wieso sollte Robbie Rotten ein verzweifelter Traum sein? Der ist vielleicht ein verzweifelter Bösewicht, der niemals Number One ist und von Spodakus immer aufs Maul kriegt. Ja, okay, vielleicht hab ich zu viel Lazy Town in meinem Leben geschaut, aber darum geht's hier nicht. Erstmal, wenn ich noch einmal Lale Fucking Lou höre, schlafe ich entweder endlich wirklich ein oder erfinde das neue Partyspiel Lale Looping Louie, bei dem man im Kreis der Reihe nach keinen Spaß haben darf. Und dieses Schaf ist das süßeste kleine Schnuckelding, Alter. Dafür gibt's 10 Punkte für Sinab Groffendor. Aber woher soll es kommen? Ist das schon das Schaf auf Crack? Hat der ne Diddle gef... Willkommen. Ich sehe, wir haben ein neues Gesicht in der Runde. Stell dich doch einmal vor, bitte. Ich bin die Elfe. Mit PH. PH? PH was? Ist dein PH-Wert unter Brücken unter 5 oder was? Sind Elfen wie Amphibien, die man ordentlich halten muss? Oder wie der Intimbereich, der bei schlechter Pflege aussieht, wie Shrek's Tante? Und wer ist bitte diese Mischung aus Alice im Wunderland und Charlies Schokoladenfabrik hier? Hat die sich am Soulstone verlaufen? Ist das Scarlet Witch, Maleficent, Peter Pan, die rote Frau, Melisandre? Oder wie ich sie nenne, Star-Tit. Hallo, Elfe. Möchtest du uns erzählen, warum du hier bist? Ich bin eigentlich nur hier, um Werbung zu zömmeln, aber der Clip ist leider, oder vielmehr, zum Glück echt okay. Ich kann endlich mal was Positives sagen. Der sieht schön aus. Aber was ist mit E-L-P-H-E? Warum ist sie mit dem Wischmopp und dem Bootleg Sean hier am Start? Elfe? Ja? Erzähl doch bitte etwas von dir. Ich... Also, ich komm einfach nicht damit klar, dass die Menschen nicht mehr richtig schlafen. Und ich komm nicht damit klar, dass diese Werbung halb so lange geht wie die Hobbit-Filme, aber jetzt schon doppelt so viel Inhalt hat wie selbige. Aber jetzt mal ernsthaft. Ich schlafe in letzter Zeit wirklich nicht wie ein Stein, sondern eher wie so ein Kiesel im Tsunami. Ich drehe mich mittlerweile mehr im Schlaf, als für eine Zigarette gut wäre. Ich war mal ein wunderschöner Traum. Aber jetzt bin ich nur noch ein Schatten meiner selbst. Ich war auch irgendwann mal ein wunderschöner Mensch. So etwa vor 26 Jahren. Don't dream it. Be it. Ich bin einfach ein Motivationscoach, Leute. Vielleicht brauche ich einfach mal einen eigenen Guten Morgen Podcast, in dem ich Leute sage, wie geil sie doch sein könnten, wenn sie nicht so scheiße faul wären. Ich war auch mal ein schöner Traum. Aber jetzt kümmern sich alle nur noch um ihre Work-Life-Balance. Ihr macht mich ganz wahnsinnig. Okay, kleine Mücke. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Vielleicht pupucklst du Red, Bruder. Aber du bist mir unglaublich sympathisch. Die kleine Fliege lebt einfach den Ruhrpult-Style, Leute. Geil. Ich geh jetzt endlich schlafen. Genau, so muss es laufen, Mann. Lass den Hass raus. Schrei ins Mike. Das lohnt sich. Wenn du dich aufregst, müssen es die anderen nicht tun. Hallo, hört ihr mich? Ich habe etwas Wichtiges zu sagen. Und hier oben sieht die Welt ganz anders aus. Was macht der Typ da an der Decke? So funktioniert Gravitation nicht. Ja, ich weiß, er ist ein verzweifelter Traum. Aber selbst wenn wir davon ausgehen würden, dass das okay ist, warum hängt er dann freiwillig an der Decke, wenn er sich auf den verfolgten Adel im Kreis hinsetzen sollte? Es ist nur ein kleiner Moment für mich. Aber ein großer Moment für uns, Freunde. Was ich hier sehe, ist unsere Hoffnung. Ich glaube auch, dass ich die Rettung für Träume sein könnte. Kommt einfach alle zu mir und ich schlafe mal 20 Stunden am Stück. Dann habe ich was Gutes für mich getan und habe auch noch mein Kammerkonto aufgeladen. Ich bin einfach ein gut Mensch. Es ist nur ein kleiner Moment für mich. Aber ein großer Moment für uns, Freunde. Was ich hier sehe, ist unsere Hoffnung. Na gut, vielleicht ist die Rettung auch einfach ein Bett, das stimmt. Aber wenn ihr alle am Bett von den Dudes chillt, pennt da bestimmt jemand besser. Was fällt euch ein, da alle bei dem Schnarchen zuzuhören? Kaufen Träume, Karten für die besten Plätze, wenn jemand pennen will? Kein Wunder, dass ihr verzweifelt seid, wenn ihr einfach bei Leuten einbrecht und deren Kinder beim Schlafen zuschaut. Und die Elfe leuchtet auch noch so wie eine Philips Hue. Die ist wie ein defektes Nachtlicht, was ihr einfach random in die Schnauze leuchtet. Was kommt als nächstes? Feuert ihr eine Party bei ruhesuchenden Menschen im Schlafzimmer? Macht ihr einfach das Licht an? Bruder, wirklich? Ihr habt eine Selbsthilfegruppe gegründet und kaum habt ihr eine Lösung, weil die Kea neiste Betten vertickt, gehen euch eure Kunden wieder am Arsch vorbei. Klar, Manfred kommt müde von der Arbeit nach Hause und will dösen, aber du spielst lieber mit einem Scheiter. Dann wird Manfred heute halt auch nicht von lila-haarigen großen Kernträumen. Und dass die müden Power Rangers hier nicht unbedingt friedlich mit uns umgehen, sieht man im anderen Spot. Liebe Bewohner des Planeten Erde, wir sind eure Träume. Stellt euch vor, sowas läuft auf einmal im TV. Das ist echt abgefuckt, Mann. Das ist ein richtiger Terroristen-Shit. Wir verhandeln nicht mit Träumen, okay? Außerdem fände ich es echt weird und gruselig, wenn alle meine Träume irgendwo da draußen rumlaufen würden. Das wäre echt komisch. Wir haben ein Problem. Weil ihr nicht mehr richtig schlaft, geht es uns schlecht. Ja, weil ihr so eine creepy Message ins Netz sendet, geht es mir schlecht. Als ob ich jetzt besser schlafe, wenn ihr mir so einen Druck macht und sagt, dass eure ganze Spezies von meinem Schlafverhalten abhängig ist. Außerdem, was ist denn das für eine egozentrische Art und Weise hier, um was zu bitten? Keiner träumt von uns. Wieso sollt ich von euch träumen wollen, wenn ihr unglaublich creepy durch eine dunkle, nebelige Gasse galoppiert? Das will ich überhaupt nicht. Und wieso sollt euch davon träumen, dass Robbie Rotten auf einmal so aussieht wie Robbie Williams? Was habt ihr mit seinem wunderschönen Gesicht gemacht? Ist einfach sein Kinn abgefallen? Muss ich mir jetzt sorgen um meine untere Gesichtshälfte machen? Kann das einfach abschümmeln, wenn ich nicht richtig schlafe? Seit Ewigkeiten redet ihr immer nur von der Work-Life-Balance. Dass man was bei Wikipedia verändert, verstehe ich ja noch. Aber wollt ihr jetzt ernsthaft in jedem Lexikon und Telefonbuch die Einträge überkleben? Ja, dann träumt mal schön alleine weiter. Stoppt das Schiff! Ihr müsst jetzt schlafen! Ne, ich muss gar nichts. Habt ihr mal in den Himmel geschaut? Es ist einfach Tag! Es ist einfach der Zeitraum, an dem man eben nicht schlafen sollte, um gesund zu sein. Soll ich jetzt tagsüber pennen, damit Sleepy's hier ihr Zeug kriegt und mir mein Vitamin D in die Fußsohle spritzen? Ich hol mir meine UV-Strahlung und den Sonnenbrand, wie ich will. Was sollen die Leute jetzt machen? Das Boot anhalten? Ja, und dann? Dann kriegt irgendjemand auf einmal so eine schlechte Bewertung, weil sein Paket nicht pünktlich angekommen ist. Ja, toll! Okay, und die Leute fahren dann einfach bis zur Endstation, weil ihr das wollt, oder was? Die gute Elfe mit PH braucht ein bisschen Lebenssynergie, ja, da kann man schon mal acht Stunden mit der U7 im Kreis fahren. Soll der Lokführer direkt auch einschlafen und niemand kommt mehr hin, wo er will. Und den Späti könnt ihr auch einfach mal nicht sachbeschädigen. Ihr könnt ja mal schauen, was die Seife im Knast für einen PH-Wert hat, ihr Rowdies. Auch dich macht es besser! Schöner! Fitter! Friedlicher! Schlaf! Ist die beste Medizin! Leute, das ist einfach Fridays for Schlafen! Eigentlich ein guter Zweck, aber sagt mir nicht, was schön macht. Ich hab eher Angst, dass ich irgendwann so aussehe wie der dicke, pinke Typ, wenn ich zu lange penne. Wir warten auf euch. In euren Träumen. Ja, ist kein Problem, Slender! Wir sehen uns da! Ich werde jetzt bestimmt total toll schlafen können! Aber ernsthaft, ich hoffe, ich träume von dir und wie dir jemand versehentlich gegen's Schienbein tritt! Get the fuck up!